Der Ried ist jetzt noch ein Paster, aber hier noch eine Achtel, die neue Auto-One-Wand-Fahrer ist sehr gut. Die Straße hier ist nicht so gut, aber vielleicht ist es noch ein Pferd. Und wir übernommen. Wanns? Das Eindrücke wird ganz anders als bei uns. Aber jetzt, was hier? Fahrradfahrer, die fahren natürlich immer in Österreich, hier längs, in Österreich, in Österreich. Ja, ich könnte mir aber eine bulgarische Kugler-Sucht bestellen, wenn ich den Rest reinfinde. Und sieht auch gut aus wie aus einem Pennywagen. Da ist ein Klapperstoff, wo ich noch holen kann. Vielleicht auch noch einen Klick. Jetzt jetzt nochmal auf die Hände ein, auf die Rücken ein, um einen Klick zu haben, wenn der Partag weggeht. Ich könnte mir versagen. So, das wär's. Warte ich.